Grüeziere, Dennis Daniels hier. Das ist die Gemini. Das ist nicht die verwendete Version. Das ist die freie Version. Ich habe die Geschichte von Gemini von Goldilocks und den drei Beeren in Deutschland erzählt. Mein Deutschland ist nicht so gut, aber es ist definitiv Deutschland. Es waren einmal drei Beeren. Es waren einmal drei Beeren. Waterbär, Mutterbär und Babybär. Eines Tages kochte Mama Bär einen topf leckeren Brei zum Frühstück. Aber bevor die Brei abkühlen konnte, mussten alle drei Beeren rausgehen. Waterbär, Mutterbär und Babybär. Eines Tages kochte Mama Bär einen topf leckeren Brei zum Frühstück. Aber bevor der Brei abkühlen konnte, mussten alle drei Beeren rausgehen. Now, this needs, in my opinion, it should highlight the text that's being spoken as it's being read. And since we're here, let's go ahead and do the same story in French. It was once three Ours, Papa Ours, Mama Ours and Baby Ours. Un matin, Mama Ours prepare un délicieux bol de porridge pour le petit-déjeuner. Mais avant que le porridge ne refroidisse, les trois Ours doivent sortir. Les trois Ours doivent sortir. So, as a way of learning another language, I really am quite excited by what Gemini offers. Let's try one more time with Spanish. We'll see you later. We'll see you later. Había una vez tres osos, papá oso, mamá osa y osito. Un día, mamá osa cocinó un delicioso tazón de avena para el desayuno.